Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Limbo. Ja, wir wollen mal gucken heute an diesem sonnigen Dienstag. Wir haben wunderschönes Wetter draußen, was uns hier in der Welt von Limbo erwartet. Auf jeden Fall denke ich mir, wir müssen die Kiste da so, dass wir da hochkommen. Aber wir können die Kiste da einfach hier rüberschieben, weil hier so ein Klotz ist. Deswegen müssen wir mal hier hoch und gucken, was uns hier so schönes erwartet. So, hier haben wir erstmal das. Genau, 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 genau. Ah, okay. Warte, pass auf, wir müssen hier rüber, na, hinten zu diesem Knopf. Dem Knopf. Genau dem da. Gucken, was jetzt passiert. Da rollt ein Reifen runter und er rollt und rollt und rollt und rollt und rollt und rollt und rollt und... Da bleibt er da liegen und... Und rollt weiter. Wollen wir mal schauen, was wir jetzt machen müssen. Ich denke mal, wir müssten da gleich unten irgendwie längs, dass wir dann da hochkommen können und da dann drauf lang gucken. Ich lasse mal wieder den Leiter runter. Die Lilit. So. Tap. Hoppala. Daneben gesprungen. Übrigens, hocke ich jetzt, äh, mit Gamepad. Weil, macht sich einfach mal besser für Limbo. Limbo ist ein geiles Spiel fürs Gamepad. Und außerdem ist das bequemer. Für mich. Finde ich. Und ja, ist jetzt alles in die Luft geflogen oder... Oder nicht. Man weiß es nicht. Äh, hier geht abwärts. Okay. Tot. Ach nee, hier kommen wir mit der blöden, äh... Kack. Weiß ich, aber hoch, ne? Aber wie kommen... Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Sag doch mal. Erzähl doch mal. Wie sollen wir das denn hinkriegen? Dass das da drauf liegen bleibt. Ha. Komisch. Komisch, komisch. Mal schauen. Wie wir das hinkriegen. Aber irgendwie muss es ja klappen. Irgendwie. Das muss es ja klappen. Äh... Ui. Ui. Auf jeden Fall müssen wir die Kiste runterkriegen. Und das hat irgendwas mit dem Krams hier oben zu tun. Da bin ich mir mal relativ sicher. Ah. Pass auf. No. Okay, das geht nur bis da. Pass auf. Haha. Hat es gerade gefunkt bei mir. Also, wir müssen den Reifen nur hier raufmachen und den da rüberschieben ist ja gar nicht so, äh, schwer. Hoffe ich doch mal, dass das nicht so schwer ist. Huuuut. Rüberschieben. Verdammt. Das wirst du doch mal probieren. Es war aber knapp, es war knapp, es war sehr knapp. So, nochmal probieren. Hui. Na, das war ja wohl nichts. Aber so könnte es klappen. Glaube ich. Kann ich eigentlich auch. Ja, das geht auch. Mal schauen. Bip. Und wird das gehen? Warte mal. Pass auf, jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich es. Wie wir das machen müssen. Warte mal. So, den da. Zack. Den lassen wir so stehen. Knopf drücken. Schnell, schnell, schnell. Schieben. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ziehen. Wo ist das denn? Schieben. Ha. Juhu. Wir haben es geschafft. Jetzt rollt er da runter, fällt da unten drauf. Hoffe ich. Hoffe ich. Guck mal, die Kiste, die schieben wir schon mal da ran. Falls es schnell gehen muss, weiß der nicht. Dat weiß der ja nicht. So, zack. Jetzt hier rüber gehüpft. Die Leiter runtergeklettert und dann hier rüber mit unserem kleinen Fuzzi. Wieste, es muss nämlich schnell gehen, weil der wieder runterrollt, der alle Reifen. Wieste, die Kiste, die Kiste, die Kiste. Geschafft. Nervige Tür ist das laut. Sie da voll am rumrödeln, das dolle Ding. So. Ist auch stark. Guck mal, die Kiste ist doppelt so groß wie er und er zuckelt das Ding da locker rüber. Dabei sieht da ganz schmächtig aus. So, Zahnrad anhauen. Pam. Und drauf da. Langsam kommt Action ins Game. Jawohl. Und was machen wir mit der Kiste? Müssen wir die hier einfach reinschmeißen? Zack. Scheiße. Das war akubtes Fail. Na doch nicht. Ich dachte, komm jetzt da nicht mehr hoch. Blockiert das jetzt, das Zahnrad? Eigentlich? Muss das das Zahnrad blockieren? Nein, muss das nicht. Pass auf, wir müssen hier rufdrücken. Zick. Ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß es. Pass auf, wir müssen hier rüber, hier so hochklettern. Entschuldigung. So, und hepp. Und hepp. Und nochmal hepp. Pass auf. Jetzt nehmen wir die Kiste hier mit. Und dann stellen wir die eine Kiste auf den Sensor und die andere Kiste stallen wir oben auf den Fahrschul drauf. So, das klappt ja wie am Schmürchen hier. Na. Ale. Und hepp. Und hepp. Und nochmal hepp. Heppeli, hepp, 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 hepp. Hepp, heppeli. Heppeli, heppeli, heppeli. Ich hätte das denn schaffen sollen. Achso, warte. Ich muss nur erstmal ein bisschen schaukeln. Hepp. Hepp. Ja, geschafft. So, auf jetzt. Anschwung nehmen und da und da. Hoffentlich sterben wir nicht. Ich hab auch. Ich will nicht sterben. Hepp. 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 Du Scheiße, was passiert denn jetzt? Boah, ich glaube, das ist der Part. Entschuldigung, da wollte ich gerade nicht rüberquatschen, weil das ist, glaube ich, eh zu laut. Ich glaube, sogar immer noch. Aber das ist der Part, wo sich die ganze Welt dreht. Die ganze Map dreht sich. Alter! Fail. Da hat es uns breit gemanscht. So, nochmal. Das machen wir mit ab. So, hepp. Alter, da ist das laut. Junge, 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 junge. So, hier stellen wir uns hin. Dann fällt der Ding gleich runter. Hoffentlich nicht wieder auf uns drauf. Und wir nicht runter. Dann nur los. Zack. Hier aufs Zahnrad gestellt, denke ich mir mal. Aaaaaah. Alter, ist das krass. Wie geil das gemacht ist. Einfach nur nice. Hätt' ich da... Ein Glück, Alter. Ein Glück. Okay. Entschuldigung fürs Husten. Ich bin meiner Erkaltung auch zu Glück bald wieder los. Also gut wie. ganz gut. Es passiert immer nicht. was passiert wenn ich jetzt die Kiste da hoch schieb und dann das Magnetling anhau pass auf he 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 schneller, 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 komm aha dann bleibt sie stehen na war ich jetzt ein bisschen zu lange ich bin nicht geschoben ich hätte schneller sein müssen ah nur ein klein bisschen bleibt schon geklappt schneller, 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 schneller die sind auch weiter weg als vorher stehen bleiben schnell, schneller, schneller, schneller war das gereicht? ich glaube besser gereicht na siehste ja, aber das verstehe ich nicht wie soll ich denn da so schnell umkommen wie soll ich denn da so schnell wie soll ich denn da so schnell ich bin da so schnell